Ja, nach vorne gehen? Noch? Ist gut? Kann ich gehen? Ja! Ja, nach vorne gehen! Ja, nach vorne gehen! Ja, nach vorne gehen! Oww! 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 Owwww Oww! Oh... Oh... Ah Oh, it's so slow All the smell Me... Ich wollte rechts bremsen. Rechts bremsen? Jetzt habe ich es zählen. Was? Besonders. Soll uns um Youtube zählen. Welcome Youtube. Ich wollte so wie unten drehen und nachher schleifen. Ja. Ja. Wenn du um 17 Uhr so nach unten gehst, du hast die Füße, dann kommt alles schnell. Ja. Ich komme dort hin. Aber von mir, Micho? Von mir? Ja, bei dieser Bahn hier habe ich ein bisschen Füße zu steuern. Wo ist Karsten? Dort oben am Hocken. Dort. Hm. Hältlich verräumen. Es funktioniert halt nicht so gut. Scheiss egal. Spass haben jetzt. Ja. Man kann schon schnell etwas schönes machen, aber nicht die ganze Fahrt. Ja, entweder er sollte bei einem mitfahren, nach rückwärts gedreht. So wie ich gesagt, einer nimmt den Schlitten, der andere ist vorne durch die Steuern. Oder er kann hinten drauf hocken. Er kann hinten drauf hocken. Nur wenn ich die Füße hinnehme, das ist ein anderes Problem. Wie? Ja. Nein, aber er würde... Ja, das ging eigentlich. Ich würde schon den Schlitten nehmen, wenn er ihn aufnimmt. Lern mal mit dir fahren. Weisst du, wie das geht? Äh... Wer? Von dir? Ja klar. Oder warte, wir sind dünner. Wer? 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 Ich steuere, du fliegst. Das ist noch das Letzte, was wir rausfliegen probieren. Ist gut. Ja. Du nimmst deine Beine drauf und du fliegst voraus. Ja, aber ich müsste einen haben, der vor mir fährt. Ja, also Flato oder Sessi fährst du voraus. Ja, aber nicht den mit dem Flato gehst du. Flato geh voraus, dann konzentrierst du dich für das Fliegen. Ich nehme Schlitten. Ich nehme Schlitten. Ich weiss, was kackt ihr jetzt hier. Aufsehen. Der Akku macht jetzt eh blöd. Abamen, rein sch Waltzt, hier leiser nicht ab, ich brauche dich gut hinzu. Hallo, bin ich los. Gut, ne? Schlitten. Porque process mig ist gel bats. Ich glaube wir vorhin schon ein paar Sachen gebraucht und sie ist jetzt recht ruhig geflogen. Aber schaut doch mal die Propeller an. Ja das ist jetzt passiert jetzt. Nein, nein. Es ist ja keine Teilen. Weisst du wieviel Umdreieck hat die? Dort im Baum. Dort im Baum, ja. Das habe ich auch. Ja, habe ich auch gesehen. Dort. Für das hat man den dritten Drucker zu Hause. Ja, wenn ihr nicht abgeholt habt. Halt. 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 Nein. Halt. 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 Ja, das sind die Anderen! Ja, und die Johannine? Ja Destin Roman! Rucksack, R У-Hilber. Ja, wenn ich den Namen höre, dann kriege ich einen Korzen. Einer hat die volle Tannennadel von denen, äh, die sind da vorne. Scheisse, Mann. Sie sind einfach abwechselnd. Die Füsse sind vorne und wenn sie es brauchen, die sind. Weisst du, was das große Problem einfach ist? Sie verfolgt sich, hat ein bisschen Geld verfolgt von der Geschwindigkeit oder Euphan. Aber, das ist halt, hör sie bei.